Platz da! Aus dem Weg! Vor langer, langer Zeit lebten zwei Krieger. Ich würde töten, wenn ich dafür eine Spicy-Tuna-Roll kriegen würde. Und du gönnt ja auch was Schönes. Die Brüder lebten sich auseinander und eine neue Zeit begann. Das mittlere Alter. Dad, kommt Onkel Ted dieses Jahr zu Weihnachten? Schätzchen, manchmal lebt man sich auseinander. Onkel Ted, ich hab dich so vermisst. Das ist meine Kleine. Du kannst nicht jedes Problem mit Geld lösen. Doch, kann ich, Tim. Du hast dich nicht verändert, du bist immer noch ein Riesenbaby. Schnuller, Ted. Ist deiner. Hau ab mit dem Schnuller. Entschuldigt mal. Ich störe nur ungern, euer Gespräch ist echt fesselnd. Aber ich glaube, ihr braucht beide einen Schnuller. Sie kann sprechen. Ohne Ende. Ich bin im Familiengeschäft. Und ihr arbeitet jetzt für mich, Boomer. Baby Corp hat eine neue Babymilch entwickelt, mit der man Erwachsenen in Babys zurückverwandeln kann. Für 48 Stunden. Du willst, dass ich wieder ein Baby bin? Ja, das ist die schwierige Phase. Ew. Baby Corp löscht nach dieser Erfahrung das Gedächtnis komplett aus. Was gibt es für einen Notfall? Ein teuflisches Genie will aus Kindern superböse, böse Babys machen. Nein! Willkommen zur Babyrevolution. Wir brauchen eine Tarnung und müssen undercover gehen. Was hast du mit mir gemacht? Och echt, jetzt was wird das? Gehen wir segeln? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Danke, dass du immer auf mich aufpasst. Du bist mein Bruder. Wir halten immer zusammen. Das machen Familien so. Wir müssen uns beeilen. Die Milch wirkt nicht mehr lange. Was zum... Na, du bist ja putzig in dem kleinen Karate-Outfit. Das Problem lässt sich bestimmt mit Geld lösen. Was zum Henker? Scheiße. Du bist gonna. Wie kann man mehr. Ich bin glaubw軍. Ich muss auf개keln. Du bist ja da.